Willkommen bei ProfiSchnap.de. Ich habe Ihnen ein Bettsofa mitgebracht aus dem Hause Himmola, dem bayerischen Traditionshersteller, und zwar das Modell 2253 Bettsofa in Leder Longlife Rustica Creme. Nun, ein schönes kleines Bettsofa mit 1,56 Meter Außenmaß, also Sie haben auf wenig Platz, ein Bettsofa für zwei, das ganz einfach funktioniert. Dabei ein pflegelechtes Leder, welches Sie abwischen können, einfach mit warmem Wasser, wenn was drauf ist, imprägniert, durchgefärbt, nachgefärbt, imprägniert, also auch Männer und Kinder geeignet. Und wie funktioniert das Bettsofa? Ich zeige es Ihnen. Sie ziehen hier etwas hoch, damit es Platz gibt, dann nehmen Sie das hier so raus, klappt und fertig ist das Bettsofa. Nun, das Bettsofa ist natürlich auf dieser Fläche kein Riese mit 1,56 Meter breite, aber für eine Nacht geht es schon mal zu zweit. Und ich habe ein Lederbettsofa von guter Qualität, welches sicherlich jahrelang Sie begleiten wird. Hier ist noch ein kleiner Bettkasten drin, ein Schoner, den man aufs Leder legt. Die Funktion funktioniert sehr einfach. Schauen Sie, sogar der Rücken schält sich automatisch. Suchen Sie ein Lederbettsofa, klein aber fein, dann empfehle ich Ihnen 2253 von Himmela. Schnappen Sie zu Kuh und Tschüss!